Unser neuer AMD PC mit Phenem 2 CPU und Radeon GPU ist voll spieletauglich und bleibt dennoch bezahlbar. Als Besonderheit erhalten die ersten 500 Käufer eine Steam-Version von Shuboom 2 gratis. Dank der verbauten DirectX 11 Karte von AMD können Sie das Spiel in voller Pracht genießen. Wie Sie sehen, können Sie den Monitor dank integrierter Grafikeinheit auch direkt am Mainboard anschließen, sofern die Grafikkarte mal den Geist aufgibt. Doch kommen wir nun zum Herzstück des neuen PCGH Gaming-PCs. Ein AMD Phenem 2 X4 955 mit vier CPU-Kernen sorgt für die nötige Rechenleistung. Unterstützt wird der Prozessor von einer Radeon HD 6870. Die DirectX 11 Grafikkarte verfügt über 1024 MB Speicher. Für eine optimale Performance sollten Sie immer den aktuellen Katalustreiber installieren. Bei Mainboard fiel die Wahl der Redaktion auf das SROC 880G Pro 3. Neben einem Power- und Reset-Schalter direkt auf dem Mainboard, zeigt ein kleines Display mögliche vieler Codes an. Zur restlichen Ausstattung gehören unter anderem 4 GB DDR3 Arbeitsspeicher. Die Samsung-Festplatte aus der F1-Serie mit einer Kapazität von einem Terabyte sollte auch kaum Wünsche offen lassen. Ein Hingucker ist auch das weiß-schwarz lackierte Kuga-Netzteil mit 460 Watt in der PCGH-Ötischen. Gebaut und verkauft werden alle PCGH-PCs von unserem Partner Alternate. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017